hohen hallo oh gott ich hab die taske halt völlig bekommen ich finde übrigens interessant bei stadt ist die letzte runde ich laufe immer hoch zu sagen werden der wagen guten tag ich habe eine durchsage gemacht anscheinend ist es halt manchmal direkt aktiv manchmal nicht nicht noch mal hier können danke ich bin zu kürte du kannst nicht gehen kommen Ich finde es schön, ich sehe dich und höre mal diese Lache. Hilfe, ich bin allein. Ich hatte gerade einfach Horror-House-Feelings, weil ich einfach nur Smex's Lache gehört habe, aber sie nicht gesehen habe. Check, 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 check. Nicht tun. Wehe. Los, natürlich, schieb's auf Dragon. Oh, ich krieg Speed, geil. Ich hab noch nie das derbe. Allgesehen, jetzt nicht Kain, jetzt nicht Dragon. Ammerist. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob irgendwer tot ist. Kyo ist tot, aber das wollen wir nicht. Und derjenige, der es war, sollte sich schämen. Bist du unter Wasser, Dragon? Nö, ich bin nicht unter Wasser. Du klingst so als erster. Aber laufz, anders, ich wollte, ich helfe Ihnen. Hier klingt ja gerade gar nicht nur anders. Unter dem Meer. Hier klingt ein bisschen anders. Hier klingt ein bisschen anders. Und wie ich die Phase selbst gestandt wurde. Ja, ja, plätten. Aber auch, ja. Aber du bist so wie wurde der Will. Jetzt nicht so mal. Also, jetzt haben wir das auch. Rose und Sun waren bei mir. Habe ich gar nicht. Sehen die ich ins Wasser geklappen habe, habe ich gesagt, der stinkt, der muss wagen. Waffe, also unswitzigerweise ist neben mir. Kennt ihr diese Opern-Singer? Kennt ihr diese Opern-Singer, die so Gläser zerstören können mit ihrer Stimme? Das kriege ich gerade im Fall von Schmexie. Ach, ich habe Dragon gewurtet. Dann war es einmal wieder. Ah, das ist schön. Nein, 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 nein. Äh, was ist das? Du musst, äh, raten, welche, ob die nächste Zahl höher oder niedriger ist. Alter, nie, oder? Doch. Ich habe vier Tickets, ich habe vier Tickets. Was ist das denn für ein Haufen Scheiße? Jackpock, jawohl. Komm, ja, ja, Jackpock, bitte. Oh, geil, ich kann noch mal drehen. Oh nein. Noch mal drehen, nicht fest. Warum hat er die denn mit? Gleich kommt noch eine Bombe. Abstand halten. Schrei, sie ist. Ah, nein, du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Wichser. Ich habe einfach Daniel gekillt.